so letzte fusionsangriff pack ist angebrochen liefert von fusionsangriff damit gehst du zu ende ich hoffe du verabschiedest dich der fusionsangriff mit einem richtig schönen nicht gesehen ich den kartentrick noch mal versaut gehabt was wir haben die schorne mit team electric schade also alles in allem muss ich sagen kann ich die fusionsangriff lister aktuell nicht empfehlen kann aber auch einfach daran liegen es waren 24 booster und ich glaube ab 100 kann man sagen man macht eine statistik wir gehen morgen weiter in obsidian flames das noch ein paar da